Hi! 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 You're welcome! You're welcome! Hi! Hi! Hey! 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 Schlauze! Heute geht's um Äpfel hier auf diesem Kanal. Und zwar was man alles so mit Äpfel machen kann. Außer was die ganze Zeit nicht zu essen. So wie die das sonst immer machen. Ihr habt ohne viel zu dauern wirklich was... Achso! Stopp! Ich muss mich erstmal bedanken. Meine Manieren. Sorry. Wir sind schon über 900.000 Menschen hier auf diesem Kanal. Ich glaub 930, 940. What the fuck. Ja, das ganze ging so schnell, dass ich jetzt nicht mal weiß was ich zum 1.000.000 Abo Special machen soll. Falls ich das überhaupt mache. Aber wenn du eine coole Idee hast, dann schreibst du mir. Dann mach ich das. Okay? Okay. Let's begin. Als allererstes zeig ich dir wie du in wenigen Sekunden Äpfel schienen kannst. Beziehungsweise wie du Like a Boss Äpfel schienen kannst. Das sind nicht mal... Drei Sekunden. Hier ist nochmal der heftige Vergleich vorher nachher. Also stellt euch mal vor ihr müsst 100 Äpfel schälen. Welche Variante würdet ihr wählen? Mhm. Genau. Lecker, lecker. Auf jeden Fall ist dieser Trick cool für Leute, die in der Küche arbeiten und immer viele Äpfel schälen müssen. Oder für Leute, die gerne... ...angeben. Also was für mich. So kommen wir zum nächsten Trick und das eine... Ich muss erstmal hier ein bisschen aufrollen. So und jetzt kommen wir zum perversesten Rezept dieses Videos. Und zwar zum gefüllten Cheesecake Apfel. Mixe in einer Schüssel eine Packung Frischkäse mit zwei Esslöffeln Zucker zusammen. Füge ein Ei, etwas Vanillezucker und ein Esslöffel Zimt hinzu. Und mixe wieder das Ganze. Dann kommt der Apfel zum Einsatz, den du einfach nur aushöhlen kannst. Und mit der Cheesecake Masse befüllen musst. Ja, und dann ab in den Ofen damit. In der Zwischenzeit kochst du Sahne mit Ahornsirup auf. Und fügst später Pikanenüsse hinzu. Ja mein Gott, müssen jetzt keine Pikanenüsse sein. Kannst du auch Walnüsse nehmen, wenn du jetzt nicht einer fancy tun willst. Ist dir überlassen. Und ja, wenn dann dein Apfel fertig gebacken ist, crushst du über ihn noch einen Keks und übergießt das Ganze mit deiner hammergeilen leckeren Soße. Mh, vor allem diese Soße, ganz ehrlich, falls du jetzt Diät machst, weil du für dieses Jahr sie als Vorsatz genommen hast abzunehmen. Scheiß drauf. Du liebst nur einmal. Mein Fazit, das war wieder pervers. Pervers geil. Und jetzt transformieren wir einen Apfel zu einer Rose. Schneide als allererstes ein paar Äpfel in dünne Scheiben und tu sie in eine Schale. Hinterher kommt dann noch ein Spritzer Zitrone und heißes Wasser hinzu. Während das Ganze jetzt erst einmal zieht, kannst du deinen Blätterteig ausrollen und in sechs gleich große Teile teilen. Die einzelnen Teile bestreifst du dann mit Butter und belegst sie dann mit den durchgeweichten Apfelscheiben so, dass die Schalenseite nach oben zeigt. Dann bestreust du das Ganze noch mit einer Zucker-Zimt-Mischung, klappst die untere Teighälfte ein und rollst die Streifen zusammen. Sieht ja schon mal ziemlich rosig aus, ne? Zum Schluss setzen wir die Teigrollen in eine Maffinform, backen sie und fertig sind unsere Apple Roses. Apfelrosen. Eigentlich viel zu schade die zu essen, aber scheiß drauf. Die sahen nicht nur gut aus, sondern haben auch echt geschmeckt, wie man es an meinem Gesicht sehen kann. Ich werde jetzt kurz aufpassen, und 보고 mal kurz aufpassen, kann man es nicht mehr schade. Also ich werde jetzt hier in einem Haus mit dem Breteisen befinden, Ja und jetzt kommen wir zum originals Apfelkuchen der Welt. Entferne den oberen Deckel eines Apfels und hülle anschließend das Innere aus, aber dann das Innere bitte nicht wegschmeißen, sondern mit braunem Zucker, Zimt und etwas Apfelmus verfeinern, denn dann kommt das Innere wieder in den Apfel. So jetzt kommt das Coole, du nimmst dir dann mehrere Teigstreifen und legst sie auf deinen Apfel so, dass ein Rastermuster entsteht. Diese Dinger kommen dann in den Ofen und wenn sie wieder rauskommen, hast du Apple Pie, Apfelkuchen. Ja jetzt wissen wir warum das der originalste Apfelkuchen der Welt ist, weil dieser Apfelkuchen in einem Apfel ist. Nice, nice Idee eigentlich. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Experiment bzw. zu einem Literal-Trick, den wir jetzt austesten werden. Hier, das hier. Es gibt ein paar Videos, die zeigen, dass man einen Apfel mit bloßen Händen halbieren kann und das mit einer bestimmten Technik. Also so, dass das ganz easy geht und einfach mit einem Druck. Eigentlich nicer Trick, sieht schon ziemlich präzise aus, dieser Schnitt. Ich weiß es nicht. Also ich wäre beeindruckt, wenn das klappen würde. Deswegen fangen wir mal an. Also man soll den Stil entfernen. Okay, das ist einfach. Und dann seinen Daumen hier anlegen. Und zwar an der Stelle, wo er am besten so, am besten reinpasst. Und dann mit der linken Hand einfach das Aufbrechen. Ja, zur Zeit ist es okay. Nee, da bricht nichts, man. Außer meinen Daumen gleich. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt keine Kraft habe. Das ist eine bestimmte Technik. Also meiner Meinung nach ist das dann ein Fake. Oh, ich muss ein bisschen mehr trainieren gehen. Nein, Mann, funktioniert nicht. Wie soll das auch gehen, Alter? Und auch noch so präzise aussehen, verarschen. Kennt ihr beim Weihnachtsmarkt diese kandierten Äpfel? Klar kennst du die. Auf jeden Fall kann man die ja immer so schlecht essen. Und die sehen immer gleich aus. Ich habe eine coolere Variante entwickelt. Und die zeige ich euch jetzt natürlich, wann sonst. Dazu musst du Zucker in Wasser lösen. Ein paar Spritzer Zitrone mit beifügen. Und alles auf mittlerer Stufe zum Schmelzen bringen. Irgendwann nach 10 bis 15 Minuten hast du dann so etwas Syrupartiges. Diese habe ich dann Fischchen eingefärbt. Und darin meine Mini-Apfelstücke eingetunken. Am besten stellst du dann deine kandierten Äpfel auf ein Zuckerbett, damit die Nürnungs ankleben. Ja, nice, oder? Ich weiß nicht, also die sehen ein bisschen missgeburtig aus. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also ich fand es ein bisschen schwierig, die heiße Zuckermasse einzufärmen und dabei aufzupassen, dass sie nicht verbrennt. Und alles dabei einzeln noch zu füllen. Aber die gehen noch, ne? Mhm. 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 Was sind das für Geräusche? Falls nicht diese ganzen Rezepte zu aufwendig waren, dann mach doch... ...Apfelringe. Schneide dazu deinen Apfel in mehrere Scheiben und entferne den mittleren Teil so, dass Ringe entstehen. Anschließend kommt in eine Schüssel eine Handvoll Mehl und eine halbe Dose Ginger Ale. Ja, richtig gehört. Ginger Ale. Wenn dann eine cremig-homogene Masse entstanden ist, hast du alles richtig gemacht. Prima. Dann tunkst du nur noch deine rohen Apfelringe da rein und frittierst sie. Ja, und schon hast du hammergeile Apfelringe, die du am besten noch mit Puderzucker bestäubst. Und joa, so easy geht das. Ja, nice. Ich probier's jetzt mal. Mhm. Man schmeckt diesem Ginger Ale im Hintergrund raus. Mhm, nice. Das ist mal was einzigartiges, cooles. Mhm, nice. Ja, welchen Tipp fandest du am coolsten? Schreiß dir mal. Das mit dem Burrat sehr Spaß macht aber geschmacklich, man. Dieser gefüllte Cheesecake-Apfel. Mhm. Was man jetzt so mit Punkt, Punkt, Punkt machen kann zu drehen, macht mir persönlich ja sehr Spaß. Und falls du das auch machst, dann zeigst du mit einem Daumen nach oben. Und ich seh's und mach noch einen Teil. Ja, folgt mir doch noch hier auf Instagram. Elbram mit einem N. Heiß ich jetzt. Auf jeden Fall sag mir doch, was ich bei meinem 1-Million-Abo-Smeshell machen soll, falls ich überhaupt eins drehe. Ich hab bis jetzt noch nie ein Abo-Smeshell gedreht. Mal gucken, ob ich eins drehe. Aber irgendwie bei einer Million sollte man das doch machen, ne? Hm. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video wieder. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Wer macht das jetzt wieder sauber? Ich. Beachte euch, ich kann nicht, ich putze den mal. Nochmal wieder ein Prank-Video. Freut sich doch. Ja. Bis zum nächsten Mal.